Der Dragons-Slot Hi, hier ist Franky von den Casino News. Normalerweise sind Drachen unheimliche, feuerspeiende Kreaturen, aber in Microgamings neuestem Slot-Spiel, den Dragons-Slot, sind sie putzig, nett und freundlich. Du spielst mit den Drachen Flint, Switch, Frost und Gobble. Bei den Dragons-Slot kannst du bis zum 3500-fachen deines Einsatzes gewinnen. Der innovative Dragons-Slot ist ein Fünf-Walzen-Spiel mit 243 Gewinnlinien. Die Walzen mit den freundlichen Cartoon-Drachen drehen sich vor einem strahlend blauen Himmel mit grünen Hügeln. Auf den Rollen findest du die mehrfarbigen Drachen Flint, Switch, Frost und Gobble. Außerdem gibt es auch die Symbole der Standard-Spielkarten und silberne und blaue Diamanten. Das Wild-Symbol kann alle anderen Symbole außer den blauen und silbernen Diamanten ersetzen. Das Wild-Symbol ist ein Fünf-Walzen-Spielkarten. Das Wild-Symbol ist ein Fünf-Walzen-Spielkarten. Das Wild-Symbol ist ein Fünf-Walzen-Spielkarten. Du kannst den 3-Ganz-Slot auf Online-Casinos Bits kostenlos testen. Hat Dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, damit Du als erstes informiert wirst, wenn es was Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für Deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.